Musik Herzlich Willkommen zu Part Nr. 10 vom Pokémon Smaragd Ja, jetzt mit meinem neuen, alten Headset Wo ich hoffe, dass es jetzt besser ist Oh, und wir bekommen direkt einen Anruf Hallo Speed, hier ist Kerstin Gestern habe ich einen Kampf gewonnen Ist das nicht großartig? Ja, toll Deswegen ruft ihr mich an Ja, hier bei Faustauhafen Haben wir die Arena jetzt so weit, dass wir nur noch den Arenaleiter besiegen müssen Doch Abram müssen wir noch Level 15 kriegen Philipp, hier braucht er denn noch bis zu Level 14 Schauen wir mal 225, ne, das geht ja Und Grassler müssen wir noch ein bisschen hoch machen So, schauen wir uns mal hier hinten Hier haben wir auch nichts So, jetzt Mr. Breck Huren dort gehen Grafit Pot City Ja, das soll es sein Anker gelichtet Becker, mein Schatz Wir setzen Segel Wir setzen Segel Ahoi, wir haben in Grafit Pot City angelegt Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brake Und bringst ihm die Davenware Ich denke nicht So, jetzt schauen wir mal Ich kann nicht schwimmen, also tue ich so als ob Schauen wir mal Das ist, dass wir gegen Matrose und Plansche Köpfen Wingull Und Meryl Boah, das ist doch machbar Das ist doch machbar So, jetzt werde ich erst mal hier abrauswechseln Gegen den Kader Uh, scheiße Jetzt habe ich Heule eingesetzt Na So ein Dreck aber auch Na gut, hat Wingull auch eingesetzt Von daher Das ist alles nicht so dramatisch So, jetzt mache ich erst mal einen Blutsauger Auf Meryl Und Kompression auf Meryl Das tut weh Das Mies mit den Attacken, die beide treffen Wird das, dürfte jetzt ein bisschen wehtun Überhaupt nicht Ich kriege den nicht daun Zerschneider Und Kompression Wird auf Meryl So, jetzt Routenschlag nochmal Zerschneider Das bringt irgendwie gar nichts Nein, nicht auf Wingull Auf Meryl Na super, jetzt ist Druster verwirrt Das hat mir gerade noch gefehlt Das hat mir gerade noch gefehlt Oh nö, den Kader ist futsch Na gut, da muss nur Rabel dran Kompression Kompression Und jetzt müsste Meryl eigentlich Ne Lähmschuss auf Wingull Kompression auf Meryl Jetzt müsste Meryl eigentlich kaputt sein Keine Wurken auf Wingull So n Scheiss Stimmt, ist ne Bodenattacke, ne Hätte ich wissen müssen Na gut, Meryl ist erst bei tot So, jetzt Meryl So, jetzt Meryl Tickle auf Wingull Und Kompression auf Wingull Na, jetzt ist Meryl verletzt Ach ne, nicht verletzt Verwirrt So Setz Tickle ein Und Rasslag kommt schon Kommt schon Sehr schön Kompression Wurde verwirrt Wurde verwirrt Na komm, jetzt ist Wingull kaputt Wurkenau Auf dem Morabel Das bringt's auch Ist nicht mehr verwirrt Sehr schön Tickle und kaputt Wunderschön Bäh Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö jemand der ehrlich ist ich bin durstig ich könnte im strandhaus etwas sprudel kauf doch hätte ich keiner von ab so jetzt zickzacks aber ich muss man tauschen gegen wo haben genau ich kenne jetzt leben schuss Du musst jetzt zickzack schnell kaputt sein. Ja, fast. Initiativ von Zickzack-Swingend. Okay. Ticke! Ja, ich komm mal! Pardon! Ja, Mann, das geht nicht. Mach Sack! Grummel! Tju! So ist das. Wirst du nochmal mit mir kämpfen, wenn ich keinen Durst mehr habe? Nein! Warum tragen die sich alle in meinen Pokénav ein? Ich möchte das nicht. Der will nicht. Pudersand erhalten. Hm, was ist denn Pudersand nochmal? Ich schau mal grad nach. Versteckt Bodenattacke. Geh mit. Orabel. Brücht. Boden. Sehr schön. Kämpf mit mir. Ich habe meine Anker in vielen Häfen der Welt geworfen. Aber Grafitport City ist der schönste Hafen. Hm. Seh ich genauso. Sehr schöner Strand. Und vier Menschen, die ich einfach mal so kaputt machen kann. Und wieder ein Winkul. Na los mal Rabbel. Mach das Winkul kaputt. So und jetzt erst mal... Geduld. Jetzt greif mich an. Komm, greif mich an. Komm, greif mich an. Mach doch kein Heuler. Du sollst mich angreifen. Greif mich an. Na komm, schau. Superschall. Wird's mich verrohle piepeln oder was? Soll ich nochmal Geduld machen? Na komm, ich mach direkt Deckel. Mach das Mist wie kaputt. Die ganze Zeit heuler ey. Stinkt mir ganz bestialisch. Und nochmal Deckel. Und nochmal Deckel. Das ist kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ah, ich level 14. Sehr schön. Noch ein Level. Noch ein Level. Jo. Abra tauschen. Komm schon. Machscholo. Das krieg ich jetzt meinen Drassler vorgeworfen. Das ist Machscholo. Drassler, los. Na, Energiefokus. Ja gut. Das ist... nicht so das Problem. Jetzt erst mal Konfusion. Dann sollte der kaputt sein. Na, fast. Elfter. Das krieg. Hm. Ah, nicht so berauschend. Machscholo. Ganz der Beste. So, kaputt. So. Philippe braucht Abra noch. Bis zur Level 15. Hmhm. Beischt. So, noch 63. So. Hier im Strandhaus sind auch jede Menge Leute. Komm kämpfen mit mir. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurig, heiße Kämpfe aber stehlen. Kick Trainer und Pokémon. Ach, stehlen. Dann stehle mich mal. Nein. Mach mich. Stehlen. Ja. So. So. Ist das erstmal ab rein. Mein Abra kann teleport und blitz. Mein Abra macht nicht kaputt. Aber mein Trassler auch. Goldini Schnabel. Ach, du heilige. Superscheid, dass mein Trassler wieder verwirrt. Das kann doch nicht sein, Mensch. Ja. Konfusion. Uh. Und Rassler macht das. Oder nicht. Na gut. Das hab ich jetzt nicht an. Morabel. Im Schuss. Eine Bodenattacke. Keine Wasserattacke. Und die Haut rein. Ah. Du ihn jetzt noch ticke. Und dann ist es kaputt. Sehr schön. Boah, der hat viel EP gegeben. Lieber Herr Gesangsverein. Und tausendvierzig Geld. Boah. Was hat der? Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, dann findest du keinen lodernden gegner trainer als mich dann bin ich mal gespannt was du jetzt hast er hat ein maryl ein marscholo und ein wengul ja oder nur wengul keine ahnung naja ich habe so ein bisschen jucken wenn man so ganz das ist doch deckel nun der kann das kaputt Oh, Mascholo. Ja, ich möchte ihn ja tauschen, Abra. Haben wir ja gleich geschafft, nach dem Kampf, denk ich mal. Morabell. Boah, das ist rein. Aber lebenschoß, macht dich jetzt kaputt. Und tschüss. Oh, tut mir aber jetzt leid. Level 15, yeah, Abra. Aber brauch ich nicht mehr wechseln. Oh, Tentate. Na komm, zeig mir, was du drauf hast. Lebenschoß. Oh, wieder kaputt. Schlecht, schlecht. Und Level 18, wunderbar. So, lass ich mir das gefallen. Das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. So schön sind wir alle zufrieden. Abra entwickelt sich doch noch nicht. Warum nicht? Was ist Level 16? Oh, komm schon. Na gut, wir müssen da noch ein bisschen. Ich werd mal kurz mein... Mit über 15 entwickelt er sich doch. Ich muss mal kurz mein Morabell heilen. Ich hab theoretisch hier noch einen Felskrab. Oh, das ist ein Stein, ne? Ich hab wirklich Stahl. Schneider. Na gut. Ich kämpfe gegen mich, kleiner Junge. Ich werd dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind. Aber heul bloß nicht los. Wir werden ja sehen, wer hier heult. Dann zeig ich mal. Oh, zurück. Gold. Zurück ist ein geiles Pokémon. Pokémon. Aber mein Morabell ist besser. Dann kann ich den Krieg machen. Blubber. Ich liebe diese Attacken. Die an mich so an die alten Pokémon-Spiele. Blubber. Blubber. Blubber-Strahl. Ja, das war schon... Das war schon... Noch schön, ja. Wenn es desto trotz ist das hier echt... Oh, scheiße. Ich hab jetzt noch ein bisschen schlafen. Ja, gut. Dann musstest du wechseln. Ah, Strottel. Aber... Das ist einfach mein Lieblings Pokémon-Spiel. Ein Igler. Die Grafik war recht hübsch auf... Gameboy jetzt hier auf dem Emulator. Ja, ich bin auf dem Emulator. Auf dem Emulator ist es nicht ganz so hübsch, weil... Das heißt, es verwechselt ist, wenn ich so groß spiele. Aber... Dann sind die Pokémon noch recht gut. Sonst... Story kann man nicht viel erwarten, ist halt Pokémon, ne? Wir werden auch noch erfahren, was die Story ist eigentlich. Ich habe verloren, aber ich heule nicht. Na, so schön. Aber sonst... Ist halt Pokémon... So, jetzt hätte ich gern meinen Umsonst-Sprudel. Du bist brandheiß, die Kämpfe klühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind sechs Flaschen Sprudel. Sechs Flaschen? Gell. Hm, nicht Licht. Nicht Licht, Herr Specht. So kämpfst du auch? YOL! Trainer! Seid ihr in Eile? Müsst ihr wieder fort? Erfrischt euch doch an Papas Ort. Der ist cool. Der Spruch. Oh, guck mal, der liegt mal wieder. Und Doppelkampf. Oh, will ich, will ich, will ich machen. So, ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume. Findest du nicht? Ja, doch. Tada! Siehste? Mein Schwimmreifen ist ganz rund. LOL. Wer sagt dazu nicht? LOL. Na gut. Azzurl und Tantara. Also, baller ich erst mal Tantara weg. Blitz auf... Ach so. Lebschuss auf Tantara. No, ich kann es nicht, ne? No. So, Tantara ist schon mal kaputt. Oh, nach diesem Kampf ist A416. Oh, Scham. Angriff von A416. Na gut. Ich habe ja nicht wirklich einen Angriff. Knalligkeit hinkt. Was? Attacke geht daneben. Ähm. Nicht vergiftet. Gut. Ja, der Tag gab. Cool. Blitz und... Lebschuss. Lebschuss ist kaputt. Tantara ist kaputt. Sehr schön. Und blubber auf meine... Auf beide? Das ist nice. Blitz. Und nehm Schuss. Guter nehmen. Nehm Schuss. Kaputt. Sehr schön. Komm schon, A4 muss doch gleich... Sind jetzt 42 EP gekriegt habe. Sind jetzt 42 EP gekriegt habe. Der Bericht. Ja, abrasselte 60 nach dem Kampf. Uh. Geil. Blitz. Und Lebschuss. Wow, Blitz. Genau, ich kann es sinken. Sehr schön. Lebschuss und kaputt. Ja, Level 16. So, und jetzt entwickeln bitte. Mommi. Oh, oh, schad. Tja. Ja, hey, A4 entwickelt sich. Glückwunsch! Dein Abram wurde zu Kadabra! Erlernt Konfusion! Yay! Ich bin jeden Tag hier! Schön für dich! So, Beutel! Nein, warte! Ah, halt! Stopp! Da! Item nehmen! Beutel! Das ist doch das, was die Psycho-Facken versteckt, oder? Hey! Lass du auf! Scheiße, diesen Stick! Geben! Kadabra! So, und jetzt... Geh mal wieder nach Faust-A-Hafen und uns sind... ...Arena-Leiter! Überbringst du nicht die Dave-Ware? Heißt, dass du willst nach Faust-A-Hafen zurücksingern? Jo! Also, auf nach Faust-A-Hafen! Ah, kein gelöstert! Beko, wir setzen Segel, mein Liebbel! Auf geht's! 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 Smaragd! Bis dahin! Ciao!